Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Entschuldigung. Tarot aus dem Jahr 2024 ist zwar keine Netflix-Produktion, läuft aber seit einigen Tagen auf Netflix und bietet alles, was man an Netflix-Produktionen so richtig hasst und nicht mehr sehen kann. In Tarot geht es um eine Gruppe von Freunden, die in einem alten Haus Party machen und bei der Suche nach Alkohol auf ein paar Tarot-Karten stoßen. Also legen sie sich die Karten und sagen sich gegenseitig ihre Zukunft voraus, doch setzen dabei einen uralten Fluch frei. Nach und nach ereilt ihnen genau das Schicksal, das ihnen von den Karten vorausgesagt wurde, immer mit einem tödlichen Ende. Es scheint fast so, als hätten sich die Macher von Tarot gedacht, wisst ihr was, wir nehmen jetzt all das, was Fans und Kritiker an Filmen wie zum Beispiel Wahrheit oder Pflicht, Escape Room und Final Destination 3 bis 5 bemängelt haben und machen es nicht besser, sondern packen genau das hier in den Film Tarot. Zum Beispiel haben wir den Cast. Der wirkt wie eine Mischung aus den Backstreet Boys und den Spice Girls und dazu stellen wir dann noch einfach den Kumpel von Spider-Man hin. Der ist ja sowieso ein Sympathieträger und soll dann für ein paar Witze sorgen, klappt aber überhaupt nicht. Die Sprüche sind so lustig wie eine Wurzelbehandlung beim Zahnarzt. Die anderen Charaktere sind wieder mal sehr klischeehaft. Du hast hier die Hübsche und den Hübschen, die zusammen ein Paar bilden. Da kriselst du ein bisschen in der Beziehung. Dann hast du da die Schüchterne, die Traumatisierte und dann wieder den einen Typen, der nur vögeln will. Diese oberflächlichen Charaktere, mit denen sich kein Mensch irgendwie identifizieren kann, geschweige denn noch eine Verbindung dazu aufbauen kann, damit auch mal ein bisschen Spannung aufkommt und man mit ihnen mitfiebert. Ja, all das haben wir schon unzählige Male gesehen und all das hängt dem Zuschauer auch wirklich mittlerweile zum Hals raus. Die Story verläuft nach dem Schema F wie vorhersehbar und die Dialoge, die sind 0816. Wenn man zum Beispiel mal die Schauspieler nimmt und sagt, dass sie ihre Sache solide machen, dann wird es schon richtig geschmeichelt. Denn es gibt im Film so eine Szene, wo vier von der Gruppe zusammen sind und hitzig miteinander diskutieren. Du siehst aber jeden im Gesicht an, dass er auf seinen Einsatz wartet, bis der andere ausgesprochen hat. Es ist zwar höflich, den anderen aussprechen zu lassen, aber du siehst es halt deutlich an dieser Szene, wie alles nur schlecht gespielt ist. Selbstverständlich treffen die Personen im Film immer die falschen Entscheidungen. Schließlich gehört das zu einem guten Horrorfilm dazu. Wir haben dann auch eine Szene im Film, wo eine Person in einem Fahrstuhl gefangen ist und da öffnet sich dann immer wieder die Tür und wir sehen eine gruselige Gestalt. Das alles nimmt einfach kein Ende mehr und wiederholt sich so oft, dass du am liebsten deinen Fernseher anschreien möchtest, damit die Person aus dem Fahrstuhl rausgeht und diese Gestalt endlich mal auf die Fresse haut, damit diese Situation auch endlich mal ein Ende nimmt. Von Spannung ist im ganzen Film gar keine Spur. Der Anfang ist zwar noch ein bisschen interessant gefilmt worden und da baut sich so ein bisschen Spannung auf, aber alles, was danach folgt, ist wirklich klischeehaft beladen und weder spannend noch irgendwie unterhaltsam. Eher ist der Film unfreiwillig komisch. Am Anfang haben wir ja auch noch die Szene, wo sie eben auf einer Party sind und so ein Trinkspiel machen und zur Strafe muss dann jemand einen Schluck aus einer Bierdose nehmen. Wow! Was für eine Strafe! Einen Schluck aus einer Bierdose. Wobei bei der Pissbrühe, die die Amis da saufen, ist es mit Sicherheit oder zumindest für uns wäre es definitiv eine Strafe. Wir haben dann auch noch die eine oder andere Referenz an größere Vorbilder und bekannte Horrorfilme, wie zum Beispiel, als die Gruppe sich aufmacht, um diesem Fluch nachzugehen, was es damit auf sich hat. Da macht man einen Ausflug in den Wald zu einer Hütte und die Hütte sieht halt eins zu eins aus wie bei Evil Dead. Und darin wohnt dann eine ältere Dame, die sich eben mit diesem Fluch und dem Tarotkartenlegen auskennt. Und die Dame haben wir auch schon gesehen, die ältere Dame zuletzt, Texas Chainsaw Massacre 2022. Das war dann auch eine Netflix-exklusive Produktion. Okay, sind wir mal ehrlich, all das, was ich bisher kritisiert habe, ja, all das konnte man schon im Vorfeld erahnen, wenn man sich so eine Art von Film ansieht. Aber man hofft ja immer auf ein bisschen Kreatives, Innovatives, auf so eine kleine Überraschung. Aber die gab es in dem Film leider überhaupt nicht. Wir haben keinen richtigen Bösewicht, der dir irgendwie Angst einflößt oder böse rüberkommt, wo du sagst, jawohl, der bleibt wenigstens im Gedächtnis. Sondern wir haben immer verschiedene Kreaturen und Gestalten, irgendwelche Witzfiguren in schlechten Make-ups. Und das Ganze sieht dann auch eher unfreiwillig komisch aus. Wenn es dann an die Kills geht, dann haben wir auch hier nichts Innovatives oder Kreatives. Wenn wir da zum Beispiel mal an Final Destination 1 oder 2 denken, das war richtig cool. Ja, und überraschend. Da gab es ja auch keinen richtigen Bösewicht sozusagen. Aber all das, was wir hier sehen, haben wir schon hunderttausend Mal gesehen. Und das dann auch besser. Hier gibt es nichts Überraschendes und auch nicht wirklich etwas Blutiges, das wenigstens den Gore-Bauern in uns mal kurzfristig befriedigen würde. Wir sehen nur irgendwelche Szenen, wo dann abgeblendet wurde oder dann ein bisschen Blut auf ein Handy-Display klatscht oder dann auf eine Frontscheibe klatscht. Also das ist dann auch leider nichts. Und ab und zu haben wir dann noch ein paar Gesichtsimpressionen, die uns vorgaukeln sollen, was da Schlimmes passiert. Aber auch das ist einfach ultra schlecht gespielt. Und so ist es halt schade, denn für die Zeit, die man hier investiert, bekommt man bei Tarot leider überhaupt nichts zurück. Und das Schlimmste an der ganzen Geschichte ist, dass der Film in Sachen Jumpscares sogar Smile 1 und 2 zusammen toppt. Furchtbar. Also meine lieben Filmfreunde, das soll es gewesen sein mit meiner Einschätzung zu Tarot. Ich kann den Film leider überhaupt nicht empfehlen. empfehle euch lieber rauszugehen, einen Schneemann zu bauen. Zumindest bei uns draußen schneit es nämlich aktuell wieder. In diesem Sinne wünsche ich euch noch was. Schönes Wochenende. Auf bald und Servus.